Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der analogen Unterhaltung. Willkommen im BerlinCon Studio 2023. Wir sind natürlich hier immer noch mit vielen Verlagen, Vorstellmodiken und ähnliches bei. Und ich habe eine neue Person, einen neuen Chef, der lieben Marcel habe ich vom Rechtsverlag dabei, der uns verplant und zugestellt vorstellen würde, auf jeden Fall. Das steht nämlich da zwischen uns. Ihr seht es, Top Facts, weil am Anfang, weil ich da Bock habe, zwei bis sechs Spieler ab zehn Jahren, 30 Minuten. Weil die Erklärung jetzt länger als 30 Minuten dauert, dann ist das was für dich. Also Marcel, ich halte kurz. Erklär uns doch mal, was wir hier sehen. Genau, also bei verplant und zugestellt geht es darum, dass wir in Architekten sind, die Aufträge bekommen und dafür haben wir dann eben auch ein kleines Auftragsbüchlein da. Da ist dann auch eine vorgegebene Anzahl an Aufträgen drin mit verschiedenen Schwierigkeiten. Und genau, das ist gerade mal das Szenario, was wir auch hier auf der Messe zeigen. Da sieht man eben schon einmal im Heft, hier einmal den Grundriss, den muss man einmal auf sein Wertungspapier übertragen. Wenn man das gemacht hat, macht man den restlichen Aufbau, das haben wir hier schon mal vorbereitet. Genau, und hier sieht man auch schon, hier sind verschiedene Karten zugedeckt, liegen schon da mit Tokens drauf. Und wenn wir jetzt zum Beispiel anfangen zu spielen, ich sage, ich fange mal an, dann darf ich entscheiden, welchen Raum wir als erstes bestücken wollen. Dann nehmen wir hier mal den Raum 3, das wäre eine Wellness-Oase. Und ich sage, als allererstes bauen wir mal die Wellness-Möbel ein. Dann drehen wir das um. Und nun habe ich zwei Tokens und darf entscheiden, welche davon wir einbauen sollen. Also entweder zweimal die Ecksaune, zweimal die lange Badewanne oder eben jeweils eins. Ich sage jetzt einfach mal, jeweils eins. Ja. Und hier auf der Karte sieht man eben schon, jedes Möbelstück besteht mehr oder weniger aus zwei verschiedenen Typen von Flächen. Einmal entweder bedeckt durch ein Möbelstück oder es sind freie Flächen. Und das ist ganz wichtig. Diese freien Flächen, die müssen am Ende alle miteinander verbunden sein, damit man quasi von der Haustür auch tatsächlich zu jedem Möbelstück auch hinlaufen kann. Ja. Der Trick dabei ist jetzt aber, dass die Freiflächen sich überlagern dürfen. Ja. Das heißt, so nimmt das dann wieder ein bisschen weniger Platz weg. Aber genau, da ist dann der Planungsteil da, da muss man gut vorausplanen und ein Gefühl dafür kriegen. Genau. Und so werden wir das dann abwechselnd machen. bis wir den ersten Raum fertig haben und dann machen wir mit. Der Raum muss aber in diesem Böde sein? Genau. Oder muss ich den außerhalb zeichnen? Nee, genau. Er muss innerhalb des Grundrisses sein. Ach, du bist. Und sobald wir dann noch einen Raum fertig bestückt haben, also alle Möbel eingezeichnet haben, müssen wir dann auch die Außenwände dieses Raumes einzeichnen und dabei wieder bedenken, halt, stopp, da kommt ja noch ein Flur. Wir brauchen auf jeden Fall also eine Freifläche am Rand. Ja. Und der Flur sollte, ja. Und der Flur sollte idealerweise so kurz wie möglich sein, weil wir natürlich die Fläche für die Möbel brauchen. Das heißt aber, hier aus dem Raum wird jetzt nichts mehr eingebaut. Das heißt, der Raum ist fertig? Nee, nee, wir machen jetzt weiter. Also ich habe quasi jetzt ausgesucht, jetzt würdest du was aussuchen. Kamin, wir nehmen einfach mal den Kaminofen, noch mal ein paar Karten. Der muss dann in der Ecke gebaut werden. Der muss dann an der Außenwand dran sein. Man kann aber auch ihn mitten im Raum platzieren, dann muss man aber diese Wand mit reinzeichnen. Das muss dann aber auch keine Außenwand das Raumes sein. Das sind dann so kleine Spitzfindigkeiten, die sind aber im Regelwerk. Genau. Aber dann hast du wieder das Problem, dass du natürlich Freiflächen drumherum brauchst. Also, genau. Ich sehe, also auf jeden Fall ist das eine ganz schöne Klobelei. Ich glaube, man müsste das mal machen, damit man es besser sieht. Und da sind auch Stifte schon. Nee, leider nicht. Leider nicht. Dafür haben wir es dann auf andere Sachen konzentriert. Ja, schade. Weil ansonsten habe ich es einfach mal gemalt. Weil ich kann es dir nur vorstellen, gerade mein Gehirn explodiert schon. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Das heißt, wie viele Seiten, also wie viele Seiten drehen wir rum von jedem Raum dann in einer Sache oder wann ist es vorbei? Wie müssen wir das machen? Nee, wir würden jetzt einfach so lange die Karten umdrehen und die Sachen einbauen, bis wir mit einem Raum fertig sind. Und dann würden wir zum nächsten Raum übergehen. Also man kann nichts zwischen den Raum. Ja, müssen ist ein hartes Wort. Man darf. Weil wie du schon gesagt hast, man muss natürlich viel vorausplanen. Man kann nicht alles einplanen. Man weiß zum Beispiel ja noch nicht, wie die Möbel da hinten aussehen. Deswegen könntest du zum Beispiel auch sagen, nee, die lange Badewanne, die passt mir leider gar nicht rein. Dann lasse ich sie eben weg. Das kann dann aber eben Probleme zum Beispiel für die Bonuspunkte haben. Hier steht jetzt, von allen Möbeln mindestens eins verbaut. Das heißt jetzt nicht, dass wenn ich hier zum Beispiel die beiden drauf lege, dass du beide verbauen musst, sondern entweder den einen oder den anderen, weil beide zählen ja zu der Kategorie Wellness. das ist alles. Aha, alles toll. So läuft es. Aber nochmal ganz kurz zum Beispiel. Wir haben hier in der Spieleanlässigung haben wir Beispiele da und die Zeichnungen basieren so mehr oder weniger auch auf unseren Testpunkten und hier sieht man eben auch schon, das ist das Übungsszenario. Das besteht aus drei Räumen und hier die grün schraffierte Fläche, das ist der Flur. Und hier ganz klein, das wird man wahrscheinlich nicht auf der Kamera erkennen, da sind dann auch die Türen eingezeichnet. Das klingt ja auch spannend. Also der steht immer mal Innenarchitekt ein, der ist ja gut beraten, oder? Genau. Wer lässt Wundträume wahr werden? Ich glaube, ich würde es versuchen, aber durch die Karten, die halt immer so kommen, ist man da immer so ein bisschen in der Trickkreis, die man ausgeliefert hat und die Szenarien, ich liebe Rienbücher, das ist schon wieder, wo ich so denke, geil, da kann ich mir richtig viel lustige Dinge machen, zieht aus dem Schloss mit Eingangstür. Und da muss es hier wahrscheinlich von abgehen und so, das Kaffee-Schloss in den Stichwort da. Ja, das war letztlich gesagt aus, richtig gesagt, der Fantasy-Fan. Dann müsste auch gleich die Hobbit-Höne kommen. Die Hobbit-Höne, der Probe-Raum, der Spiegel-Raum in der Altstadt, Beutler-Schloss natürlich. Aber da könnt ihr auf jeden Fall gucken, wer das alles in so ein Scheier-Dorf, ein Scheier-Hütchen so reinkriegt. Lustige Geschichten auf jeden Scheier. Verplant und zugestellt, das ist schon draußen, das gibt es schon. Das kommt zum 9. August, also in drei Wochen ist es soweit. Ja, aber ist natürlich schon vorbestellbar bei uns. Ist vorbestellbar. Das ist auf jeden Fall ganz cool, das kann man alleine auch spielen. Ich weiß nicht, ich habe es vorgelesen, ne? 2 bis 6, ja. Auf jeden Fall eine coole Sache, hat ja jeder so einen, ne, jeder hat den Plan und das Ding ist einfach. Genau. Vielleicht noch eine kurze Sache noch zu den Karten. Von jeder Karte gibt es zwei Ausführungen, weil sonst kann man sich da dann, lernt man einfach aus, wenn es auf der Rückseite ist. Genau, und so bleibt das dann ein bisschen unberechenbar. Wenn ich die Toilette ziehe, dann weiß ich nicht, weil es zu hilfreich ist. Wenn ich aber beide Karten kenne, dann könnte ich nicht, was auch ist. Ja, also irgendwann ist immer ein Ende, ne? Also wer ist, genau. Ich kann das hier auch tun. Film ist dementsprechend keine Grenze gesetzt. Aber ich finde die Idee, also mich spricht so, ich spricht so was euch auch an. Dann seid ihr hier auf Verrissis, verplant und zugestellt vom Pux Verlag. Aber, was fällt noch was im Ärmel? Also das ist jetzt nicht verplant und zugestellt, aber zugestellt, das ist nämlich auch schon nicht dick geworden. Stimmt, dann kriegst du mich das an. Das andere Spiel, was ich mitgebracht habe, ist The Light in the Mist. Das ist anders als verplant und zugestellt, jetzt keine, keine Neuerscheinung, sondern das gab es schon auf Englisch. Ja, das ist dann neu auf Deutsch. Genau, neu auf Deutsch, genau. Ihr seht schon jede Menge Sachen. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das so? To, danke. und die Karten. Genau, und zwar ist es eine Tarot-Rätsel-Geschichte, wie auch schon auf dem Cover steht. Ähm, und zwar Ja, die ist jetzt vielleicht nicht Wort für Wort. Einfach mal, wo du es gucken. Lösungsempfe. Also da gibt es schon das ein. Aber du wirst es einfach erklären, ich muss dir das Buch hoffentlich nicht nö, nö, nö. Außer du wirst es natürlich spielen. Ja. So lese ich auch das Buch, aber ich finde mir erstmal glücklich. Also, wie gesagt, es ist eine Rätsel-Geschichte und zwar geht es um unsere Freundin Sam, die ist verschwunden im Nordwesten der USA in einem nebligen Wald und alles, was wir von ihr noch haben, ist ein Tarot-Deck und ihr Rucksack. Und auf der Suche nach ihr gehen wir in den Wald und treffen in dieser Hütte auf eine ältere Dame, die uns dann einen Hinweis darauf gibt, dass eben das Tarot-Kartendeck, was wir noch von ihr haben, der Schlüssel dazu ist, sie zu finden. Ja, da sind so viel zur Vorgeschichte. Wie geht es jetzt weiter? Das P-Funziert folgendermaßen. Wir haben das klassische Tarot-Deck mit dem großen und dem kleinen Arcana. Jede Karte von dem großen Arcana steht für ein Rätsel. Also wir haben insgesamt 22 Rätsel drin. Und für alle Rätsel bis auf zwei muss man auch zusätzliche Karten noch raussortieren. Genau. Das kann man dann hinten nachschauen. Da haben wir in so einer kleinen Übersicht, in so einer Kartenübersicht, welche Karten ich da tatsächlich brauche. Dann nimmt man sich die Karten her, legt sie vor sich aus, versucht das zu rätseln, zu lösen. Wenn man dann der Meinung, dass man hat das Lösungswort gefunden, das ist immer ein englisches Wort, weil klar, Sam ist Amerikanerin, schauen wir wiederum hinten ganz kurz in den Index nach, ob es dann überhaupt in dieser Auflistung drin vorkommt. Ja. Genau. Wenn man dann sagt, ist klar, ich habe es gefunden, dann blättert man zum entsprechenden Abschnitt im Buch, die sind hier durchnivoriert und dann liest man diesen Abschnitt. In diesen Abschnitten sind immer Visionen aus Sams Vergangenheit beschrieben, genau. Und die Rätsel und die Lösungen dieser Rätsel haben auch immer etwas zu tun mit dem, was wir in der Vision dann eben erleben. Also immer weiter in die nächste Vision und Geschichte. Genau. Alles klar. Bis wir das Deck dann einmal durch haben oder muss ich, also vielleicht weißt du das oder weißt du es doch nicht, aber dann, wenn wir ja sehen, das muss ich dann komplett einmal durchspielen sozusagen, das ist das ganze Spiel. Genau, ja. Da sind 22 Rätsel drin und bis auf das erste Rätsel und das letzte Rätsel ist auch keine Reihenfolge vorgegeben, da ist man dann ganz frei, wenn ihr was möchtet. Das ist natürlich cool und ich kann es immer noch als Tachodeck benutzen, weil ich sehe unten sind die Notizien und Namen der Karten mit drauf, das heißt, das bleibt gleich. Hier steht es dann in Deutsch, das gibt es auch schon in Deutsch, oder kommt es auch demnächst dann raus? Genau, kommt auch wieder zum 9. August dann raus. Wo ist der Stichtag? Wer es gerne knackig mag, verzichtet einfach auf die Webseite und versucht das komplett auf die eigene Füße. Ja, und wer auf Tarot steht es hier auf jeden Fall auch komplett richtig. Ich finde es ja auch ein sehr kompaktes Design in dem Fall und ja, ich habe es jetzt nicht so geschafft in letzter Zeit Rätselspielende zu spielen, deswegen ist das vielleicht jetzt nicht so das, was bei mir sofort auf den Tisch kommt, aber vielleicht bei euch oder vielleicht wollt ihr auch noch ein weiteres Video sehen, dann könnt ihr hier noch eins klicken, ansonsten weige ich es. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin Pete, neben mir sitzt der Marcel und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Song. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.